ja hallo leute und willkommen zum ja gibt mal wieder ein kleines unboxing ich dachte mir war lange nichts mehr deswegen gibt es heute mal nur ganz kurzes ja kleines unboxing was ich für meinen shop gestellt hat damit ihr auch bescheid wisst was ich jetzt da hab zu welchen konditionen pipapo und ja die meisten sehr unboxing gerne deswegen hau ich jetzt immer mal was raus damit ja auch up to date zeit so ganz viel papier ganz ganz viel papier ja leute so 1 2 3 ja ihr wisst bescheid leute panzer alufolie einmal zweimal dreimal vier und fünf mal fünf mal habe ich das ganze bestellt sind jeweils 25 meter auf der rolle und ja ihr kennt meine rolle wie lange die schon hält und ja auch so möchte ich die für so um die neuen euro denke ich mal werde ich einen abend rein stellen das ganze also schaut vorbei und dann habe ich noch ein zwei drei vier fünf ich hole ich einfach mal kurz runter hier köpfe gestellt ja und zwar sind das pfanne köpfe ich kann ja mal ein für euch auspacken wo ich mein cooles mördermesser und zwar habe ich die bestellt glaube ich in schwarz und blau und ich habe mir auch eine komplette die bestellt ist ja auch noch mal ein Ausgabe die verbunden ist ich natürlich auch nicht mehr so genau das ist noch so kalt ja und zwar von den köpfe von leuten könntest ich das lieben Amy schwarzer funnel ganz normal paar klebereste oben also super schön das ganze habe ich einmal in schwarz und vielleicht treffe ich noch einen blauen den hole ich euch auch noch eben schnell raus ich greife einfach nur hier kurz rein ich musste ja eh alle auspacken und packt ihr dann wieder frisch für euch ein muss ich ja alles schön kontrollieren damit ihr keine keine schlechte wahre bekommt ja im nächsten monat wird es dann noch mehr geben ja das kündige ich aber alles in meiner facebook gruppe an sucht einfach mal nach schicht mit dem shop.de habe ich so eine gruppe erstellt da poste ich immer mal wenn sonderangebote gibt oder wenn es etwas neues gibt wenn ich mir was frisches bestelle könnt ihr auch ein bisschen mitmachen gehe ich auf jeden fall auch auf kunden wünsche einen ganz klar so richtig geiles blau und dann den gleichen kopf noch mal im blau ja muss ich mal gucken autofokus so genau auch von amir muss ich mal gucken für was ich das ganze anbieter wird denke ich mal zwischen vier und sechs euro sein also auch wieder ein knaller preis ja leute dann sollte es gewesen sein dann prüfe ich den rest alles noch packt das alles ein stellzeit abend dann in den shop und ja dann haben wir da wieder ein knaller angebot